Ich verdiene gutes Geld, ich habe einen sicheren Job, ich habe eine tolle Familie. Alles ist eigentlich so, wie es sein sollte, aber die Frage ist, ist das alles? Das war ich neulich gefragt und ich sehe, das ist ein Thema bei vielen. Das heißt, du hast dein Leben so eingerichtet, wie du es dir immer vorgestellt hast, aber irgendwie fehlt was. Und was viele Menschen dann machen, ist, sie suchen sich äußere Ziele. Zum Beispiel, was, wenn wir mit der Familie nach Thailand fahren? Was, wenn ich mir ein neues Hobby suche? Und ja, dann merkt man zum Beispiel in Thailand am Strand, shit, irgendwie hat das auch nicht funktioniert. Ich fühle mich immer noch so, wie ich mich zu Hause gefühlt habe. Das ist anscheinend nicht die Lösung. Was dahinter liegt, ist oft ein Bedürfniskonflikt. Das heißt, einerseits haben wir diesen Wunsch nach Sicherheit, nach Stabilität, nach auch stabilen Finanzen, zum Beispiel durch einen gut bezahlten Job. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, wie lebendig ist das Ganze, wie frei kann ich mich ausdrücken? Und oft ist es so, dass wir scheinbar wählen müssen zwischen dem einen oder dem anderen. Entweder ich mache mich selbstständig, lebe das Leben meiner Träume als digitaler Nomade, gebe meine Beziehung auf und ha, dann bin ich frei. Aber wo ist die Stabilität? Oder, naja, ich habe halt diesen Job. Ja, der ist auch toll und man kann halt nicht alles haben und wir haben dieses riesige Haus, bräuchten wir eigentlich so viel und das Ganze fühlt sich aber nicht frei an. Und wenn wir das erkennen, ist das der erste Schritt zur Lösung. Zu merken, da ist dieses scheinbare Entweder-Oder, was wir nie in Frage stellen. Und dann switchen wir von einer Seite zur anderen und finden daran keine Lösung. Der zweite Punkt ist, dass oft so ein Gefühl von innerer Leere da sein kann. Das heißt, wir entscheiden uns für die Sicherheit und die Stabilität und das ist eben leer, weil unser Herz nicht dabei ist. Und die Angst ist, wenn ich meinem Herzen folge, dann muss ich alles andere aufgeben. Dann verschwindet diese Stabilität und Sicherheit. Und genau da kann man arbeiten, weil das ist letztendlich nichts anderes als eine Blockade, so kann man es nennen. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn du zwei getrennte Becken hast, zwei getrennte Swimmingpools, sagen wir mal, die eigentlich ein Swimmingpool sind, aber es gibt nur diese scheinbare Barriere dazwischen. Und das eine Wasser kann sich nicht mit dem anderen mischen. So ein bisschen vielleicht Salzwasser und Süßwasser. Ist jetzt eine komische Metapher, aber die kommt gerade. Und wenn man das hinterfragt und einfach schaut, was sind meine Annahmen? Zum Beispiel, ich kann entweder sicher oder frei sein. Und das in Frage stellt. Und vielleicht merkt man, ich habe das als Kind so erlebt. Bei meinen Eltern war es so, die hatten halt Stabilität. Oder andere Eltern, Künstlerhilfe, hatten vielleicht Freiheit, aber da hat das Geld gefehlt, so das Thema brotloser Künstler. Und diese Annahmen projizieren wir dann auf unser eigenes Leben und richten unser Leben dann so aus, dass es genau so aussieht. Und dann kommt natürlich Angst, wenn wir das in Frage stellen, weil unser Verstand sagt, wow, 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 lass das so stehen, das ist gefährlich. Wir können halt nur das eine oder andere haben. Das Schöne ist, wenn wir diese Glaubenssätze in Frage stellen und merken, das braucht eigentlich gar nicht so sein, dann lassen sich Wege finden, wie man beides vereinen kann. Zum Beispiel merkt man dann, naja, ich kann mich ja nebenberuflich selbstständig machen. Ich reduziere den Job ein bisschen. Wie gesagt, das Haus ist eh zu groß, lasst uns doch ein bisschen verkleinern. Wir reduzieren die Fixkosten, wir brauchen auch nicht so ein großes Auto, das macht mich eh nicht glücklich. Das war der alte Versuch, durch mehr Zeug glücklicher zu werden. Funktioniert nicht. Unser Leben entschlacken. Plötzlich ist mehr Raum da fürs Herz. Und so ändert sich vielleicht im Außen gar nicht mal so viel. Es wird einfach nur entspannter, es wird ruhiger. Du hast mehr Zeit, auch Kraft zu tanken. Du kannst präsenter sein in deiner Familie. Es wird ein bisschen unspektakulärer, aber eben lebendig. Also nach außen unspektakulärer. Du bist einfach glücklich. Du brauchst gar nicht so viel. Und das ist für mich die Freiheit, nicht nach Thailand fahren zu müssen, um zu hoffen, dass da irgendwas Magisches passiert und yay, ich bin ein anderer Mensch, sondern sein Umfeld so einzurichten, dass wir es lieben. Dass wir wissen, ich mache diesen Job, er gibt mir Stabilität, ich liebe meine Familie und mein Herz ist lebendig in dem allen. Und das als Lösung. Und das ist genau ein Punkt, wie ich auch mit Menschen zusammenarbeite. Ich habe inzwischen die Selbstcoaching-Ausbildung für wahrnehmungsstarke Menschen. Das heißt Menschen, die ein großes Herz haben, viel Liebe in sich spüren, für die es nicht funktioniert, einfach nur 0815 Alltag zu leben, die einfach mehr wollen als das. Um da die Coaching-Tools zu lernen, um mit solchen Blockaden selbstständig umzugehen. Dass man keinen Coach braucht für alles, was aufploppt, sondern so die Frage, wie kann ich mit meinen vielen Gefühlen, mit meinen tiefer gehenden Gedanken, wie kann ich mit mir selbst klarkommen. So eine Art Bedienungsanleitung zum Menschsein, könnte man sagen. Und der schnelle Weg ist das 1 zu 1 Coaching. Da habe ich mal sehr begrenzte Plätze. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das gerne 100% auf mich maßgeschneidert, dann ist das die Option. Infos dazu gibt es unten in der Beschreibung. Einfach wie das grob aufgebaut ist. Wenn dich das interessiert, schau da gerne nach. Und jetzt verbringe ich erstmal noch eine schöne Zeit im Wald. Schön, dass du da bist.